Herzlich Willkommen im Modul Lärm und Emissionsschutz und in diesem Video geht es nun um die Bewertung von Sportlärm, von Freizeitlärm auch im Bereich des Wohnumfeldes und vor allem geht es auch darum, wo sind die Unterschiede zur Gewerbelärmschutzverordnung. In Ihrem Arbeitsfeld finden Sie wieder einen einleitenden Teil und wenn wir uns anschauen, welche Verordnungen da eine Rolle spielen, dann sieht man das für nicht genehmigungsbedürftige Sportanlagen, das sind die meisten, also wenn man jetzt mal von Schießplätzen absieht, gilt die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, die 18. Bundes-Emissionsschutz-Verordnung. Wenn es an Freizeitanlagen geht und was das ist, darüber werden wir auch noch sprechen, dann wird üblicherweise ja so ein Zwischending genommen, nämlich die Freizeitlärmrichtlinie, die zwar keine eigene Emissionsschutzverordnung ist, aber in der Praxis Anwendung findet. In der Rechtsprechung nennt sich das Ganze dann als antizipiertes Sachverständigengutachten und sollte auch letzten Endes der Planung zugrunde gelegt werden. Und was jetzt interessant ist, das Rechenverfahren, das grundsätzliche Vorgehen, also Schallausbreitung von der Lärmquelle zum Emissionsort, die Berücksichtigung von Zuschlägen für Impulsgehalt und so weiter, die Berechnung generell des Beurteilungspegels, das ist identisch mit der TA-Lärm. Das, was sich aber unterscheidet und das habe ich Ihnen im Arbeitsheft mal zusammengestellt, das sind die Beurteilungszeiträume, die Beurteilungszeiten und die Emissionsrichtwerte. Sie finden hier die drei Verordnungen, die wir miteinander vergleichen. Wir finden hier links die TA-Lärm, dann die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung und die Freizeitlärmrichtlinie. Und jetzt ist es ganz interessant, welche Zeiträume habe ich da? Das können Sie ja mal vergleichen. Das, was sich zum Beispiel schon unterscheidet, ist der Tagzeitraum. 6 bis 22 Uhr, jetzt an Werktagen, 6 bis 22 Uhr, 6 bis 20 Uhr. Und innerhalb dieser Tagzeiträume gilt jetzt ein Emissionsrichtwert von 65 dB, der auch in allen drei Verordnungen gleich ist. Also in den Zeiträumen erstmal an sich identisch. Dann gibt es den Ruhezeitenzuschlag hier, KR, den ich in bestimmten Gebieten, also hier, anwenden muss. Ansonsten nicht. Und diese Art der Betrachtung der Ruhezeiten, das ist jetzt ein elementarer Unterschied zwischen den drei Verordnungen. Wenn wir uns die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung jetzt erstmal anschauen, dann sehen wir, es gibt innerhalb des Tagzeitraums wiederum eine Ruhezeit von 6 bis 8 Uhr, 6 bis 7 Uhr. Und innerhalb der Ruhezeit vergebe ich jetzt keinen Ruhezeitenzuschlag, sondern der einzuhaltende Emissionsrichtwert liegt in der Regel 5 dB niedriger als der generelle Emissionsrichtwert. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja harmloser. Aber Sie müssen beachten, Sie berechnen auch nur für diese zwei Stunden dann von 6 bis 8 Uhr den Beurteilungspegel. Das heißt, nur in dem Zeitraum verschmiere ich etwas und das muss dann Emissionsrichtwerte einhalten, die 5 dB niedriger sind. Das gleiche mache ich dann abends auch wieder. Also auch da gilt ein eigener Emissionsrichtwert und der kann sich jetzt wiederum, kann sein, dass der niedriger ist, kann aber auch sein, dass der identisch ist mit dem Tagpegel. Also auch da muss ich genau hingucken. Für die Betrachtung der Nacht gilt wiederum das gleiche. Also von 22 bis 6 Uhr der entsprechende Emissionsrichtwert. Schauen wir uns das gerade noch an für die Freizeitlärmrichtlinie. Die Ruhezeiten gleich, also 8 bis 20 Uhr. Von 20 bis 22 Uhr dann diese Ruhezeit. 6 bis 8 Uhr Ruhezeit und die entsprechenden Emissionsrichtwerte hier genannt. An Sonn- und Feiertagen dementsprechend auch. Also im Detail kleine Nuancenunterschiede, die unterm Strich aber dazu führen, dass die Sportanlagenlärmschutzverordnung und auch die Freizeitlärmrichtlinie strenger sind als die Gewerbelärmschutzverordnung. Und zwar vor allem, was die Ruhezeiten angeht. Ansonsten sehr ähnlich, sehr vergleichbar auch, was die Emissionsrichtwerte angeht. Das, was man zum Beispiel in der Freizeitlärmrichtlinie nicht hat. Das sind sogenannte urbane Gebiete. Aber dazu ist im Text dann entsprechend auch was erläutert. Ansonsten, die Bewertungslogik ist dieselbe wie bei der TA-Lärm. Und wenn man das jetzt mal vergleichen möchte, dann würde ich gerne mit Ihnen das nächste Mal mir das angucken, dass wir einfach mal für die drei Verordnungen, also TA-Lärm, Sport- und Freizeitlärm und auch die Freizeitlärmrichtlinie uns mal anschauen, wie verhält sich denn dann die Beurteilung, wenn ich einen bestimmten Verlauf des mittleren Schalldruckspegels, also LIQ, über den Tag gesehen habe. Wie werden da Ruhezeiten berücksichtigt und wie geht das in den Beurteilungspegel ein? Beschäftigen Sie sich damit einfach mal und wir sprechen dann das nächste Mal drüber. Ansonsten, wie gesagt, sind die Richtlinien vergleichbar? Die Frage ist jetzt aber auch noch, wo bekomme ich denn meine Schallquellen her? Und das schauen wir uns an. Für entsprechende Sport- und Freizeitanlagen gibt es überwiegend die VDI 3770, die Sie im geschützten Bereich im OLAT-Kurs finden. Und da finden Sie eine Vielzahl von Sportaktivitäten, zu denen Sie dann dort auch einen entsprechenden Schallleistungspegel direkt ablesen können. Sie finden da zum Beispiel auch, und das ist auch eine wertvolle Quelle, entsprechende Schallleistungspegel für sprechende Personen bis hin zu Klatschen, Torschrei laut, also bestimmte exotische Geräusche, die üblicherweise bei Sport- und Freizeitaktivitäten auftauchen. Und Sie finden eben auch, und das ist jetzt nur ein Beispiel, bestimmte flächenbezogene Schallleistungspegel von Menschenmengen, also zum Beispiel Kinderbecken im Schwimmbad, Grundlagen, also wie viele Personen je Quadratmeter Schallleistungspegel, Gleichzeitigkeit und dann der flächenbezogene Schallleistungspegel, also 80 dB pro Quadratmeter wäre zum Beispiel dann der Wert für ein Kinderbecken im Schwimmbad. Und so finden Sie in der 3770 eine Vielzahl, Bolzplatz, Tennisplatz, Golf, von Sport- und Freizeitaktivitäten und entsprechende Schallleistungspegel. Auch hier finden sich wieder, ähnlich der DIN 18005, Orientierungswerte für bestimmte Mindestabstände. Das hatten wir beim Gewerbelärm schon gesehen. Wir hatten das beim städtebaulichen Lärmschutz auch schon für Verkehrsanlagen gesehen. Und da finden Sie jetzt für verschiedene Nutzungen, sagen wir am Bolzplatz zum Beispiel, Abstand zur schutzbedürftigen Bebauung, allgemeines Wohngebiet, picken wir einfach mal raus. Wenn der Bolzplatz ganztägig geöffnet haben soll, einen Mindestabstand von 100 Metern. Wenn ich das jetzt reduziere, entweder sage, ich beschränke das außerhalb der Ruhezeiten, dann kann ich auch näher dran gehen. Und wenn ich sage, das Ding hat nur sechs Stunden am Tag außerhalb der Ruhezeiten geöffnet, kann ich noch etwas näher rangehen. Und da erkennen Sie auch so ein bisschen den Konflikt. Wenn Sie so einen Bolzplatz kennen, sehen Sie oder finden Sie häufig solche Hinweistafeln, wann dieser Bolzplatz nur genutzt werden darf. Das sind ordnungsrechtliche Verfügungen und an die müssen Sie sich auch halten, weil sonst diese Abstände dafür sorgen, dass der Emissionsrichtwert an der schutzbedürftigen Bebauung überschritten wird. Also für erste Grobplanungen sind diese Orientierungswerte für die Mindestabstände schon sehr gut und eigentlich auch ausreichend. Und eine weitere interessante Quelle, das ist der Leitfaden im Wohnumfeld und Freizeitlärm, weil es da immer wieder zu Konflikten kommen wird. Und in diesem Leitfaden, den Sie auch im geschützten Bereich finden, finden Sie die Betrachtung verschiedener Aktivitäten, die stattfinden können und immer wieder zu Problemen führen. Zum Beispiel Hausmusik. Also wie wird Hausmusik letzten Endes emissionsrechtlich bewertet? Wichtig ist da der Hinweis, der hier unten steht, dass der Leitfaden aus dem Jahr 2010 stammt und die gültige Rechtsprechung zum damaligen Zeitpunkt natürlich nur widerspiegeln kann. Es ist also keine abschließende, vollumfängliche Rechtsberatung, sondern dient der Orientierung, der Betrachtung bestimmter üblicher Konfliktsituationen von Lärm im Wohnumfeld. So, hier mal ein Ausschnitt, halten von Tieren, wie sowas aussieht. Also von den Rahmenbedingungen, wer ist Ansprechpartner, Verträglichkeitskriterien und entsprechende Gerichtsurteile und wie ich eine Konfliktsituation auch lösen kann. Interessante Sachen, wie hier zum Beispiel Zivilstreitigkeiten, liegt eine mehr als geringfügige Belästigung dann vor, wenn beispielsweise Hunde am Tag insgesamt länger als 30 Minuten oder ununterbrochen länger als 10 Minuten bellen. Zu solchen amüsanten Aussagen kommen dann aber letzten Endes auch nur Urteile. Krähen von Hähnen und so weiter. Also ganz interessante Sachen sind da ausgeurteilt und im Verweis auf letzten Endes diese Urteile zu finden. Insofern interessante Einschätzung ihrerseits, auch vielleicht privat, wenn sie selber über Tiere verfügen. So, das war das Kapitel B3, Sport- und Freizeitlärm. Da gab es gar nichts so wesentlich Neues zu berichten und im nächsten Video soll es dann gehen um Baulärm.